Hallo und willkommen zu meinen heutigen Forschungen. Ich bin's wieder, wieder. Ich bin wirklich ein kluger Hund. Das werdet ihr gleich schon sehen. Stimmt doch, Mama, das sagst du doch auch immer. Also, tatsächlich, ich schau mir das nochmal an. Die Erde ist wirklich keine Scheibe. Denn das Komische ist, die Wiese ist ja auch komplett rund. Dann muss die Erde auch rund sein. Ach, da hinten läuft Yara. Aber dafür habe ich jetzt mal gar keine Zeit. Ich muss einfach mal schauen, was hier noch so los ist. Alles wölbt sich. Da sieht man's doch. Die Wiese ist ja auch rund. Ganz klar. Oder ist das dieses Ding hier? Mama, was hast du da in der Hand? Dieses komische Ding, ob das dafür sorgt, dass hier alles so komisch, wackelig und rund ist? Weiß auch nicht. Ui, 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 alles dreht sich. Mir ist schon ganz schmummerig. Ich glaub, für heute ist es genug mit den Forschungen im Wald. So, Mama, mir reicht's. Jetzt gehen wir nach Hause. Ich sag euch mal, bis zur nächsten Exkursion. Tschüss. Tschüss.